Die Zusammenarbeit zwischen dem Pharma und M&A, das ist der Verlagsbereich in der DRV Mediengruppe, der sich schwerpunktmäßig in Messen und Ausstellungen beschäftigt, ist eine neue. Wir starten jetzt zum Sommerseminar. Wir sind jetzt zum ersten Mal aufgefordert gewesen, mitzumachen, das Programm mitzugestalten. Unser Beitrag für dieses erste Sommerseminar jetzt bei MRC sind die Herren Schüttpelz, die mit einem neuen Kommunikationstool hinkommen. Sie werden das vorstellen, das heißt MetaLive. Das ist eine neue Form der Messekommunikation. Man kann Ausstellern und Veranstaltern zeigen, wie man mehr Besucher generiert, wie man mehr Aussteller generiert, wie man mehr Kommunikation macht, wie man digitale Kommunikation macht und die mit der realen Kommunikation auch noch vermischt. Also das ist eine unheimlich spannende Sache und wir hoffen, dass die Menschen, die Teilnehmer interessiert diskutieren, neugierig zuhören und dann sind wir mal gespannt, was passiert.